ja servus freunde hier bin ich wieder hier ist euer mann der guten laune hier ist euer gute laune boy und ich muss sagen war das ein trip im europapark die letzten zwei tage im park herrliches wetter super mitarbeiter super stimmung nette leute ich möchte auch weil wir gerade beim mitarbeiter sind einen ganz besonderes grüßen nämlich den walter erschafft beim eurosatz beim core core coaster und er ist immer gut drauf und ist ein super netter mitarbeiter als er die familienmarkt machte alles richtig mit den leuten und mir kam es davor wie wenn man sich eben auch zu hause fühlt in der zweiten heimat europa park ganz klar dann grüße ich noch ein paar leute möchte ich auch grüßen man kann hingehen wo man will aber man trifft immer leute aus dem eigenen dorf auch die seien recht herzlich von mir gegrüßt nächste woche übrigens bin ich wieder von montag bis mittwoch im europapark wieder zu gast und ja wenn ihr den guten laune boy sehen solltet ja kommt es einfach auf mich zu kontaktiert mich ich bin am start freunde ich würde mich freuen natürlich könnt ihr den walter auch grüßen er ist immer ein netter mensch und schau es mal her was es im europapark alles so gibt auch nette latschen also für einen kleinen preis kann man sich das erwerben und die sind super bequem als der park macht auch da in sachen wohlfühloase alles richtig freunde in diesem sinne sage ich pipipi ich habe euch lieb wir sehen uns demnächst wieder im europapark und dann zeige ich euch ecken die garantiert so noch keiner erlebt hat und dann zeige ich euch so vieles und allerlei wartet ab und seid dabei pipipi ich habe euch lieb ciao servus